hallo freunde und willkommen zu unserem traktor kampf und zwar heute kämpfen cash ik 4 traktoren ziehtzieger den kennt er schon unseren monster trecker er kämpft gegen heute gegen diesen traktoren das wird ein spannender kampf ich glaube der rote gewinnt er deutlich größer ist aber wir probieren das schon der 310er gegen cash so los geht's aber eine sache machen wir die dreh um er soll nenn ich von dieser seite ne der von dieser seite und dieser von der anderen auf die plätze fertig los guckt euch das an wie schnell ist und das ist aber ganz schön stark das er macht hier das habe ich gar nicht gedacht und unser roter traktor der zeigt auch power aber der ist einfach nicht so gut hey also ich weil das so ein interessanter kampf ist eine glatte straße und das ganze noch von vorne so wir machen das jetzt auf einer glatten straße und ich will das nochmal sehen was passiert auf einer geraden straße also los geht es auch nicht wirklich gerade aber er schafft es auch der schickt ihn ohne probleme und da kommt unser roter brecker er schickt ihn auch noch er schickt ihn auch noch also minimum gleichstand aber ich finde den jungen hier ein ticke stärker ein ticke stärker als den jungen hier und an der stelle beenden wir dieses duell und wir sehen uns im nächsten video ciao ciao